Hey, Dai, was? Hey, Dai, was? Hey, Dai, was? Hey, Dai, was? Im Kampf gegen Aliens. Oh nein, das ist ein Aliens-Spiel. Oh. Das ist aktuell das MySkype des Game. Das hat gerade alle... Es hat wieder Rekorde getroffen, das Game. Ach, egal. So ein Scheiß. Ich guck jetzt Steam-Charts. Wenn es nicht in den Top 5 ist, dann habt ihr gebabbelt. Es ist dritter Platz. Geh mal Untertitel Größe und sag mir, welche Größe du da auswählst. Jungs, Jungs. Mann, Momo. Oh. Also, John, ich geh mit extra groß. Ja, natürlich gehst du mit extra groß. Ich geh mit klein. Ja. Da sind wir doch. Okay, Jungs, wir haben eine Mission. Ja. Die Mission lautet Aliens töten. Jawohl. Teambesprechung. Also, wir müssen jetzt... Werden angegriffen. Nein. Was? Oh. Ihr kommt wirklich. Ah. Oh, sorry. Sorry. Nein. Ich auch. Ich auch. Sorry, Jungs. Oh, sorry, Momo. Sorry. Oh, fuck. Sorry. Hey, sorry. Hey, 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 hey. Ich melde das dem Amt. Oh, oh, nein, nein. Ich muss die Rakete betanken. Komm mit. Hey, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Jungs, lauf, 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 lauf. Und jetzt ab, und jetzt ab. Jetzt ab, jetzt ab. Jungs, Jungs, okay. Jetzt keinen Scheiß mehr machen. Jungs, wir sind hier auf Feindlichkeit. Nehme Aliens wahr. Nehme Aliens auf 350. Achtung, Alien auf 307. Feuer! Hat ihn getötet. Feuer frei. Mein Kill. Ich hab mehr Damage jetzt hier, Jungs. Kann man die looten, die Alien? Ich geh zum Computer Terminal. Gib mir Deckung, bitte. Ich muss hier was hacken. John hat einen Witz gemacht. Jungs, ich brauch Deckung. Ich geb hier alles, damit ich schaffe. Jungs, ich mach ja einige Kills. Ihr dürft das nicht unterschätzen. Meine Leistung. Nein, tot. Perfekt, Digga, du hast mein Leben gefällt, Digga. Fast tot, Momo. Danke. Ich auch. Hey, hey, nein, Momo. Achtung. Ich hab keine Sims mehr, ne? Jungs, gib mir noch die Ventile. Haben wir ihn aktiviert? Jawoll. Fuck. Guck mal, ich kann nicht heilen, Momo. Kann nicht heilen, komm mal her. Zack. Oh, du hast dich geheilt. Bruder, weil ich ein Ehrenmann bin. Wir sind nicht zum Spaß hier. Das ist eine wichtige Mission. Na, Pasti. Ah, die Grafik ist schon krass. Da sind wir doch. Alles wird verbrannt. Ich bin als erstes drin. Wer der drin ist, ist der Coolste. Neue Schwierigkeiten, freigestellt. Leicht. Einfach, einfach, ich rede ihn einfach an. So, eins ist klar. Ich geb so eine Mission auswählen. Wollen wir gegen Alienster Roboter kämpfen? Roboter. Roboter. Momo, komm her, guck dir die Aussicht an. Wow, Tomo. Sieht das krass aus. Was ist überhaupt die generelle Mission quasi? Einen Menschen retten. Einen Planeten retten. Wir müssen in dieser Mission Wissenschaftler retten. Oha. Forschungspersonal sicher zum Evakuierungsstattel eskortieren. Ich brauch Hilfe. Momo, nein. Nein, Momo, nein. Ich kümmer mich um den Dicken, Jungs. Oh, wie da ist, wer kommt? Ich kümmer mich um den Dicken. Ohne Action. Oh, wie da ist, wer kommt, Jungs? Oh mein Gott. Jungs, bleibt zusammen, bleibt zusammen. Oh, ich seh euch nicht mehr. Hilfe. Lass mich nicht zurück, Jungs. Nein. Es sind zu viele. Nein, ich bin so One-Shot. Ja, Jungs, wir können nicht am zweiten Level scheitern. Jungs, ich muss nachladen. Bitte, bitte helfen. Bitte, bitte helfen. Bitte, bitte helfen. Bitte, bitte helfen. Hilfe. Nein, Basti auch tot? Momo, du musst Verstärkung anfordern. Ich höre Verstärkung. Ich höre Verstärkung. Momo, jetzt aber nicht verklicken. Nicht verklicken, Momo. Verklickt, Digger. Verklickt. Nein, nein, nein. Wichtig, wichtig. Wo ist der verdammte Forscher? Folgt mir. Wir rotieren hier einmal rum. Ich übernehme das Kommando. Momo, ich kann für nichts garantieren hier. Nee, lieber nicht hier lang. Lieber nicht hier lang. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein. Wo ist der Forscher? Hier, hier, bei mir, bei mir, bei mir. Nein. Ich habe den Forscher erschossen. Nein, Don. Nein, Don. Ich habe den Forscher. Nein, Don. Nein, nein, nein. Hier kommt Nachschub. Ich bin tot. Ich brauche Spritzen. Digga. Nein, 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 nein. Rennt. Rennt. Boah, er rennt ja nicht. Wir haben drei gerettet. Ich weiß nicht, wie wir die gerettet haben. Wir haben drei gerettet. Von 30. Wir müssen 30 retten. Das ist ein großer, das ist ein großer. Jungs. Das war's, das war's, das war's mit mir. Sauber, Sauber. Das war's mit mir. Sauber. Jungs, was ist unsere, was ist die Mission? Wir haben erst fünf Forscher gerettet. Es sind zu viele. Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Ah. Jungs. Welche Frau? Deine Frau ist vor 14 Jahren gestorben. Ah. Für sie mache ich das. Basti. Du vergisst alles immer. Werf mich. Achso, ich muss nicht werfen. Werf mich. Ah. Das war's schon. Ich schwör's nicht. Ah. Ah. Werf mich. Werf mich. Werf mich nicht. Digga, werf schon. Du musst werfen. Es macht ja nicht. Es macht ja nicht. Es macht ja nicht. Das war's. Mach, John. Du musst es schaffen. Was? Ja. Ja. Müssen wir die Forscher jetzt hier noch exekutieren, oder was? Ja, die machen selber. Nicht exekutieren. Nicht exekutieren. Ich meine eskortieren. Sie kommt, John. Ich glaub, der Ort ist wirklich zu schwer für uns. Ne, 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 ne. Für uns ist nicht zu schwer. Jungs, ich hab halt auch keine Muni, Digga, und tot. Digga, was passiert hier? Hallo, was passiert hier? Ich werd jetzt so zum Köter gemacht. Jungs, wie sollen wir das? Oh nein, nein, nein. Ihr dürft mich nicht zurücklassen, Jungs. Ihr dürft mich nicht zurücklassen. Ihr dürft mich nicht zurücklassen. Ihr dürft mich nicht zurücklassen. Komm rein, komm rein, komm rein. Jungs, wir haben keine Verstärkung mehr, nix mehr. Das war's. Das Sterbe ist vorbei. Nein, Basti hat mich eliminiert. Nein, du bist reingerannt, mein Schuss. Nein. Nein, John. Momo. 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 Momo, du musst rein. Du musst keine Muni, Digga. Momo, du musst rein. Nein. Ich schaff nicht. Digga, was war das für eine Mission? Opfer. Ich bin ein sinnloses Opfer. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Für PC und PS5. PS5. Jungs, die müssen zurück zum Schiff. Wir vergessen ganz schnell, was passiert ist. Wir haben viele Zivilisten umgebracht, aber wir reden nicht drüber. Okay? Das ist alles nicht passiert. Ihr habt Zivilisten umgebracht. Nö, sei ruhig. Sei ruhig, Digga. Sei ruhig, Digga. Ich will hier noch Kommandant werden. Also, wenn du noch weiterredest, werde ich über den Haufen schießen bei der nächsten Mission. Okay? Es war nicht mein Bier. Es war nicht mein Bier. Es war nicht mein Bier. Hey, es gibt sogar einen Store. Es war dein Schleser weglaufbar. Wir wurden nach Krimsicker versetzt. Nein. Nein. Nicht nach Krimsicker. Wir werden das unter den Teppich kehren und werden noch zu Helden werden. Ich mache das hier nicht, um die Menschen zu retten. Ich will fucking reich sein. Ich will Geld verdienen. Ich möchte mein Leben auf der Erde chillen. Aber dafür müssen wir die Roboter besiegen. Habt ihr mich verstanden? Jawoll. John, wenn du Tab drückst, dann siehst du unten die Minimab. Ah ja, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Danke, Mohamed. Mohamed. Du hast ja gesagt, du bist ein Gemini Gong. Du weißt schon, dass ich ein Kommandant bin. Hä? Du weißt schon, dass ich... Wo bist du denn Kommandant, hä? Leg die Waffe weg. Leg die Waffe weg, hab ich gesagt. Ich warne dich. Es ist hier ein Putsch. Jungs, das ist das, was sie wollen. Das ist das, was sie wollen. Dieser Gas. Das geht in unser Gedächtnis. Wow, die COD reden von Idle Sway. Was das hier ist, ist unfassbar, Bruder. Jungs, 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 Jungs. Das Visier ist 10 Minuten später drauf. Nachschub finde ich gut. Nachschub ist stark, Momo. Kann mich das Ding töten eigentlich? Ich glaube schon, ja. Was denn? Was denn? Was denn? Ey Jungs, ey Jungs. Ey Jungs, ey Jungs. Mann, was die? Digga, du bist wirklich der gewisse Bastard, den ich kenne. Ups, falscher Befehl. Ach Digga, als Maurer hast du falscher Befehl, du Wixter. Au. Jaaaa. Der wie ihr da durchstaff, das sieht so dämlich aus. Vor allem Momo sieht richtig kacke aus. Warte ich, T-Backing kurz? Oh fuck. Sorry, tut mir leid. Oh mein Gott, war das knapp. Wunder da, du bereidigst die Flagge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin über euch allen. Ich bin der Herrscher. Ach Digga, nur Basti ruiniert meinen Moment. Geh weg Basti, geh weg, geh weg. Geh lieber weg, geh lieber weg. Basti, ich rate dir das, wirklich. Geh lieber weg. Basti, geh lieber weg. Basti, geh lieber weg. Okay, scheiße, lass auf und lass Waffenstechern. Hm? Waffenstechern, wachstechern. Zu schnell. Mach den Zeichen für Frieden, Zeichen für Frieden. Wenn du jetzt brichst, dann bist du rausgekickt. Genau, okay, Waffenstechern, Zeichen. So darfst du eigentlich. Momo, hör auf Basti anzuschießen. Let's go. Let's go. Oh, hier ist ein Nest, Jungs. Oh nein, Digga. Jaaaa. Das ist ein bisschen Bastard. Holt mich. Nö. Holt mich. Nö. Doch. Momo, hol die nicht. Ich hol die nicht. Digga, hast du. Momo, hol mich jetzt. Granaten in die Löcher, Digga. Jungs, hol mich doch jetzt. Nachschub. Bis Wäumel. Basti, bis Wäumel. Jaaaa. Jaaaa. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der. Nein, scheiße. Digga, hier. 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 Basti, Basti, Basti. Basti, du kleiner Bastard, Digga. Nimm das Spiel doch einmal ernst. Scherz auf euch, Scherz auf euch, Scherz auf euch, Scherz auf euch, Scherz auf euch. Der Basti, du kleiner Ratner. Hahahaha. 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 Ey, kriegen wir da fünf Sterne für die Scheiße, die wir gemacht haben? Wäre lächerlich, muss ich sagen. Wäre lächerlich. Wir haben nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Ich sag zwei Sterne. Fünf Sterne. Fünf Sterne. Fünf, Digga. Lächerlich dafür, dass wir so eine Scheiße gemacht haben. Fucking Noob-Spiel, sage ich. Okay, wir gehen jetzt noch einmal irgendwo. Aber danach habe ich keinen Bock mehr, sage ich sowieso. Sag mir, dass du jetzt auch nicht so heiß bist, jetzt noch zehn Missionen heute zu machen. Also, ne. Ja. Sag ich auch. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der jetzt schon so ein bisschen eigentlich gelangweilt ist. Also, es ist cool. Also, es ist aber, ich weiß ja nicht, ob ich jetzt jeden Tag spielen würde. Ja, ne? Ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige gerade bin mit der Einstellung. Stimmung ist schon episch, aber muss ich sagen. Ja, ja. Mit der Musik und jetzt hier auf diesem Planeten zu laufen. Deckung, okay. Das geht jetzt hier an. Wir bohren jetzt. Bohren, bohren, bohren. Mach ein Loch. Mach ein Loch. Okay. Ey, warte. Die Sonne kann das Gehör schädigen. Wir müssen irgendwas beschützen. Ich weiß aber nicht was. Nein, du verarschst dich jetzt. Du verarschst mich. Ah, fertig gewonnen. Mission fertig. Ab nach Hause. Verdienter, verdienter Arbeitsattack. Geht zu Ende. Ich finde das Game ist halt ein Business für sich so an. Okay, geh hier hin, verteidige das. Geh da hin, verteidige das. Ja, ja, ja. Was ist das? Es ist halt... Also ich sehe mich halt... Oder wo ist das Spiel gehypt? Ich verstehe nicht, wie das gehypt sein kann. Verstehe ich nicht. Sorry. Tut mir leid. So, jetzt mache ich hier wieder ein Terminal an. Ich muss wieder einfach nur E drücken. Was ist das? Ich habe irgendwas Fettes. Was ist das? Was ist das? Steck ihn rein, Momo. In die Rakete. Ja, stark. Was wird sonst, Digga? Was musst du machen, Mann? Ich bin jetzt ruhig auf andere Planeten. Ja, ich sehe der Mann. Soll ich den denn zerstören aber? Ich bin so froh, wenn die Scheiße Zange ist. Wir können ja die Gebäude zerstören. Mann, lass dich weg, Digga. Lass zur Hauptader gehen, dass es diesen Gebäude scheiße bürgt. Müll, Digga. Müll, 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 Müll. Es tut mir auch so leid, so Spiele manchmal so zu trashen, aber es tut mir leid, Digga. Ich gebe mir wirklich viel und es macht auch Spaß für so eine Stunde, aber danach ist meine Energie raus. Ich kann mich da nicht mehr so dafür begeistern, weil ich mir denke, Bruder, was mach ich hier? Es ist Village! Was für F*** mach ich hier? Eine Village! Basti tot. Basti tot, stark. Ja, ich bin losgelaufen. Mann, ich bin losgelaufen zum Haus zur Hauptmission und bin in ein riesen Nest gelaufen. Where you go, I go. Where you see, I see. Also ich verstehe den Punkt, die Clips sind lustig und... Basti stirbt durch mein Orbi. Hahaha. Dieser andere perfekte Moment war das, Basti. Gib zu, Gib zu, Basti. Du H*** Sohn. Lass uns jetzt ja nicht diese Scheiße beenden, Digga. Ich will meinen Feierabend hier. Bitte, 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 bitte beenden. Los, Basti, mach schnell, Digga. Damit ich schneller meine 40 Euro zurückbekomme, Digga. Wir müssen uns die 40 Euro wiederholen, ne? Jungs, ich spreng mich jetzt einfach in die Luft, Digga. Scheiß auf diese Mission. Also wenn ich als Casual das Spiel auf PS5 durchspiele, hole ich mir... Oh, what the f***. Digga, Basti. Oh mein Gott. Du hast so geniegt gewonnen. Komm, ich fordere jetzt noch mal jede Scheiße an, weil danach ist eh over, Digga. Renn. Scheiß drauf, Digga, scheiß drauf. Was ist denn bestellt, John? Oh, wir teilen es ja, die genau nehmen uns, Digga. Digga. Hahaha. Ey, Jungs, noch mal alles ausnutzen. Ja, alles ausnutzen. Hier, zack, komm. Das ist so langweilig. Du bist so rund. Du bist so rund. Du bist so rund. Wow, wie beschützt man den Bo? Das ist so langweilig. Ja, Digga, Spielerpeak am Arsch. Ey, ohne Basti. Basti, Digga, du kleiner Hupfuson. Du hast auf mich geschossen. Bo hat auf dich geschossen. Bo hat auf dich geschossen. Du schläfst gleich ein, Digga. Wow, ich hab's geschafft. Ich kann das alles nicht ins Video schneiden, Digga. Ich wär's ja so galt wie bei Spiderman damals, Bruder. Hahaha. Ey, tschuldigung. Du bist ein Lavabacke, Digga. Hast du gesagt, ne? Ich muss leider sagen, ich bin echt mutig reingegangen. Du klebst da noch lustig aus, aber... Ich wusste von Anfang an, das ist ein Spielwort. Ich wusste es von Anfang an. Das war mir so klar, Digga. An einem Mal hab ich's gesagt, Alien-Spiel, scheiße. Oh mein Gott, wir sterben jetzt alle ungewollt. Ey, hol mal, hol mal, hol mal mich. Wir müssen jetzt alle vom Orbi sterben, Jungs. Wir gehen da nach oben, wir gehen da nach oben. Wir müssen zum höchsten Punkt. Lass mal hier zum höchsten Punkt gehen. Lass mal zu dem Berg hier oben drauf. Und dann salutieren wir zum Abschied. Und dann ist Feierabend. Und dann müssen wir hoffen, dass wir das Game noch bei Steam zurückkriegen. Wie gesagt, ich fühl ja die Leute, die sagen, ich versteh ja, das Game ist so mit Freunden. Das macht ja auch ein bisschen Spaß, aber... Ja, ist in Ordnung. Soll ja jeder Spaß haben. Genau. Wie kommen wir jetzt rauf, Männer? Wie kommen wir rauf? Kommen wir nicht rauf, Digga. Wir müssen rauf, wir müssen rauf, wir müssen rauf. Wir kommen da nicht rauf, Digga. Jungs, Jungs, von hier her fortgegen. Movement, 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 Movement. Man kann ja nicht klettern, Digga. Warte, warte, töte mich, töte mich und spawn mich mal wieder. Wir versuchen nach oben zu spawnen. Warte, Basti, ich töte dich auch. Lass mal den spawnen beide so weit nach oben, wie es geht. Ja, genau, genau. Mach, John. Das find ich zum Beispiel richtig cool. Das würd ich auch bei Aston... Nein, es wird runter. Oh, es klappt, es geht nicht. Boah, Digga, das geht nicht, das geht nicht. Es geht nicht? Nee. Ich hör auf den T-Back von der Scheiß-Zunge, Digga. Mach mal, erhob mich mal wieder und dann lass raus. Ja. Warte mal, John. Ach, Digga! Schnell, Digga, bevor die Zeit zu viel ist, lass die Steam nicht zurückgeben können. Was? Ich sag, wir wurden verarscht beim Game. Mhm. Der 40 ist weg, sag ich so, wie es ist. Kommt her, ich zünde die Rakete. Okay, mach, John. Allseits hier, allseits hier, salutiert. Seid ihr bereit, Männer? Jungs, es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Salutiert, Männer. Salutiert. Salutiert. Es war mir eine Ehre mit euch gemeinsam. Oh, Digga. Es war nicht für mehr, wir waren nicht für mehr bestimmt, Jungs. Nein. Nein. Was ist jetzt los? Kommt wieder. Bro, als ob das so noobfreundlich ist, dass sie wiederkommen. Wie dumm. Wir sind dumm. Wir haben jetzt keine Verstärkungs-Dings mehr. King of Dill. King of Dill. Ja. Und ich bin der Letzte. Am Ende der Jagd. Oh mein Gott. John, mach, 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 mach. Orbital. Opfer dich mit den Aliens. Nein, Orbital. Opfer dich mit den Aliens. Du musst den ganzen Planeten sprengen. Orbital. John, du musst den ganzen Planeten sprengen. Orbital ist noch, Orbital ist noch. Eine Minute. Scheiß doch, Digga. Eine Minute, Digga. Scheiß doch, scheiß doch, scheiß doch, scheiß doch. Eine Granate. Scheiß doch, Digga. Schade. Nein. 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 So, raus. Schnell raus. Schnell raus. Schnell raus. Schnell raus. Wo kann man zurückgeben? Wo kann man zurückgeben? Hilfe, 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 Steam Support. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das gebe ich aber auf Hilfe, ne? Und dann auf Steam Support. Dafür werden wir so Hate bekommen, ne? Helldivers, dann. Ich möchte eine Rückerstattung beantragen. antrag einrichten holen schmutz schmutz